und jetzt kommt es aber was für gemeint auf mega kraft ja und da und wir wollen immer noch ab Prozent so hat genau einmal hochgehen so erledigt ist doch was soll ich es auch aufbauen weißt du denn im Befehl damit sie das gleiche macht wie eine query so erhalte die ganze Erz kommt zu mir geflogen noch den Magnetismus Volker Necker oder so um würdest du das ganze denn hier dann um noch mal zu zweitiefer machen daher also einmal komplett die ganzen Ränder er ist bestand noch ein Spitzhocker hier mit meinem jeweils man es war schon anbenutzt aber er soll ich die Marble geben du kannst du kannst erst mal drin lassen und ich hab noch Alkohol ja kannst erst mal mit dem Inventar behalten wir können das ja nachmachen Alter haben wir viel Alter und ich wundere mich warum unser E-System so voll ist so jetzt muss ich Robbys schon nutzen also jetzt als nächstes kriegst du eine rote Spitzhacke so ich guck mal eben wie voll unsere Festplatten sind das ist halt so der Hackerweg um sich jetzt nicht zu supporten also unsere Festplatten sind noch so gerade eben grün aber ähm auf einer Festplatte also wir haben schon 62 verschiedene Typen auf den Festplatten also ich krieg gerade einen Anruf aufs Kabel aber ich geht ja jetzt nicht schon äh ja aber auch besser wenn du das nicht dran gehst ja Alter das hat ganz kurz geleckt aber es liegt wahrscheinlich daran dass meine Festplatte immer voller wird weil ich zumindest so am suchten will ich sucht Lappen und gleich ich habe gar nicht und man schafft es so los ja warte immer so meine nicht davon in der Verhältnis auch wo ich hinspringen in der Städte Magnetismus so war dann wie ich sagen machen als nächstes Nächster in den Boden Euro so ich könnte gleich schon eine Türkei holen und Koli Alter ich hasse dieses Mausfeld um ich und ich würde sagen ob es das Mausfeld gerade voll nur Satz Info das ist ja gerade ohne er oben oder auch von Schraub der Schulden ist einfach so warm ist das Problem habe ich jetzt gerade zum Glück mal nicht und vor allem weißt wie ich jetzt aus meinem Haus springen muss das ist richtig witzig so ich muss nämlich mal eben habe ich jetzt ich habe natürlich kein Holz mitgenommen aber zum Glück kann ich von außen also muss ich gar nicht erst in mein Haus ich kann zum Glück von außen auch in mein ME System eingreifen ja das ist gut ja können zwar andere auch rein aber es wäre ein Regelverstoß und das wird Bann geben beziehungsweise richtig viel Knast ich glaube zwei drei Stunden bestimmt für Diebstahl Reicht das? zwei drei Stunden? und wahrscheinlich ähm komplettes äh also so sagen wir die wertvollsten Sachen werden auf dem ME System geklärt ja aber dann hat er vielleicht keine wertvollen Sachen drin oder das super wertvollste und dass er dann auch wie ist wenn man jetzt zum Beispiel die ähm beste Rüstie der Welt hat also von jetzt du weißt was ich meine glaube ich für welche diese Quantum Rüstung ähm so ich nehme mir gerade mal ein so viel raus für eine Schaufel ich hab da noch eine ne warte ja was soll liegt da so ich tue mal eben äh wie viel tief hast du das jetzt gemacht? R1 ok wir brauchen ähm insgesamt drei Tief Alter mach erstmal zwei Tief dann könnte ich schon mal nämlich die erste Turtle entsetzen wieder Mining Turtle dann gräbt die nämlich schon mal fünf Tannen äh das waren wir sagen jetzt mal 25 jetzt kommt da ja erstmal kein Kablosse mehr so und guck mal jetzt baut die drei nebeneinander ab also reicht auch so wie du das jetzt gemacht hast so lassen wir die mal arbeiten äh ich guck mal ob wir noch eine bauen können oder? ja so Mining Turtle dafür brauchen wir einen Computer dafür brauchen wir Glas hab ich noch Glas? genau drei Stück und das reicht nicht ich könnte es mal eben Sandfarm gehen R1 wie komisch aus? warte ähm jo kannst da rein warte mach ich mal hier hier spring mal durch ja gut ähm du weißt wo Sand ist? wenn du von einem Haus eingang einfach die ganze Zeit gerade ausläufst also von hier einfach die ganze Zeit in die Richtung da will ich in Lauf jo jo und in der Zeit hast du die Monster ausgemacht? ja ja gut weil bei mir spornen die ganze Zeit und dann sind sie wieder weg ja das ist so 1.8 äh 1.4 Bug und wir haben keinen Strom das ist der Nachteil äh am Ofen deswegen muss ich mal eben doch Tag machen weil zwischen dem Ofen ist kein MFSU glaube ich zumindest du weißt was das heißt? nö der Ofen bekommt wenn der arbeitet kein Strom mehr also ich hab jetzt 33 Glas reicht das? nö du meinst Sand erlern dürfte vorerst reichen Katzenbester auch noch hier wenn du gleich hier bist die Kohle müssen abbauen und das sagt immer in ihr System einfach tun musst du schätzt hier alles machen oder was? so wir haben noch 8 Minuten für diese Folge äh so du weißt warum wir brauchen gleich ganz viel Kohle für die äh Turtle deswegen die ist nämlich gleich glaube ich auch fertig mit dem 25 Block so hier siehst du sich gegraben hat in der Zeit ja oder wird so freiwillig gleich ähm auch einen höher machen also diesen einen der hier noch hoch ist auch weg machen ähm ja ok mach ich weil die Turtle müsste nämlich hier eh noch einen tiefer machen und das mach ich dann mal eben äh Tarno 25 hab ich ja grad gemacht weil hier soll nämlich gleich noch was hin hier kommt nämlich gleich der Boden hin hier Dora muss gleich noch die Decke gemacht werden ich wollte nämlich mal eben Kohle holen also bauen wir jetzt erstmal so das Haus fertig jo und ich zauber währenddessen ein bisschen wenn ich Zeit hab das wird halt jetzt nicht durchgehend sein nur Zauberfolgen z.B. ich brauche gleich ein Electric Furnace wir haben zwei einen aber ich will auch hier einen haben und können wir dann vielleicht auch mal versuchen mir so ein Chatpack zu machen oder so weil ich hab selbst auch noch kein Worte ich guck mal was wir dafür brauchen drei Batterien ok dann kommen wir erst nachmachen drei EU Batterien ja um genau ich war bei Tore so hast du das Glas schon ähm das sollst du schon reingetan er ist hab ich so ich hab's gefunden es ist ein Oven habe ich ja noch dann tue ich mal in den normalen Oven ich war eigentlich Oven sagt ich hab grad eben Spaß genau die Welt hat auch zu sagen so um also du brauchst auch noch in den einen noch tiefer machen weil die Türke macht den Rest dann also da wo ich jetzt auch das reicht oder genau diese einen einen Block nur noch hier oh manu du hast ne rote Spitzschock voll gemein ich hab sogar noch einen Ersatz hm ich warte nur drauf dass Turtle wieder ankommt und äh wir sollten uns wirklich dran sitzen dass wir bald ähm neue Festplatten aber ich glaub das mach ich auch im Livestream und ähm wir müssen hier nachher ähm auch was ganz Großes machen äh wir können Autocrafting machen weißt du das? ähm Autocrafting Bench oder? ne Autocrafting äh vom ME System heißt du bestellst da was und der craft das automatisch dann hm nice dafür brauchen wir nur einen dicken äh Server also so einen richtig dicken der ist richtig richtig fett einfach nur so so mal eben und und Turtle hier Tunnel äh wie viel hab ich gesagt? 25 Sharkol rein Tunneling ist das nicht cool? und dann machen wir gleich noch ne zweite? ähm oder? ja Alter ich komm komm noch ans ME System dran hm du kleiner Junge ich glaub du wirst auch nicht mehr ans ME System so dran kommen hm so mal im Gucken wo haben wir denn 32 Glas Panel so ich muss mal eben gucken wie ging denn der Computer denn? der Computer ist oh und so viel Glas brauchen wir gar nicht wir brauchen mehr ähm also 32 wir könnten vielleicht 32 Turtles machen wenn man es so nimmt ist hm warte ich muss mal eben ich glaub ich würd gerufen ich komm sofort wenn dein Name Dose he 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 okay mein Name ist erst oft nicht Dose oder? hm ne das glaub ich auch nicht Alter schon wieder ne Nachricht auf Skype Alter das geht mit langsam auf die Eier du kannst wenn du auf offline gegen Modus gehst äh kannst du sowas gar nicht erst mal bekommen ja also als offline Anzeigen aber hab ich bei mir auch drin ähm es soll ich jetzt mal ein bisschen Pflasterstein und so rein machen das ganze Zeug wo ich nicht brauch woran man es jetzt? ins ME System kannst du machen kannst du immer machen bei mir theoretisch also ich bin jetzt nicht einer der sagt ja Pech gehabt muss halt im Moment arbeiten und ich mach mal eben über zwei Öfen äh Clean Stone ähm soll ich Marble Break auch ein machen? kannst du machen so du darfst nur jetzt nix craften ja mach schon so und guck mal wie weit die Turtle schon ist ähm ja ich kann ja schon mal hier den ersten Ansatz wieder bauen wie das kommt so und du kommst mal also und äh hast du Kohle? nein aber ich hab alles was ich im Inventar hatte und dann ist es immer okay ja ähm ich tu mal eben da meine Rucksäcke auch rein sonst sammeln nämlich wenn ich die Törtler abbau das immer wieder ein außer Charcoal ähm müssen wir eigentlich für ähm Copper Cable also für rubber müssen wir unbedingt so und Minimum Stein nehmen nö nur Stein der Weißen äh ne äh rubber äh kann man ganz einfach machen kann man äh einfach braten genau 20 da gebe ich dir mal vier Stück für so mal gucken wie viel die jetzt verbrät ähm hier weißt du was du machen kannst du kannst du doch schon mal äh die ersten und hier immer du siehst ja wo die äh schon war hier schon mal die Schicht äh drauf machen erzähl ich jetzt mal so ein bisschen äh schicht hier drauf und immer gucken dass die Query das nicht abbaut also ich hier ganz unten die da war so genau hier drauf einfach hier ist noch mal von diesem Zeug ja ja das hätte ich sonst nachher eh abgebaut so wir haben gleich unsere zweite Törtel da ist auch ich hab grad gedacht ich hätte da was eingesetzt so ich könnte sogar zwei Törtel sehr wahrscheinlich machen kann man das irgendwie machen das mal ähm also gleich vor allem die Systeme das alles in ins Inventar macht mehr über den Schiff drückt kommt das leider um der Fallen Kraft in Kälte rein muss man mich auch schon aufgefallen das ist relativ doof also mache ich das jetzt hier so richtig so mal im Gucken was braucht nur Kiste und Eilen also ich hab zwei Törtel noch dazu bekommen jetzt die gute alte Minecraft so jetzt brauche ich nur noch eine Spitzacke und das wird teuer weil wir brauchen eine Diamond Pickaxe seit ich weiß ich könnte es mal mit einer Saphir versuchen kurz Saphir geht auch ja ich darf dann habe ich nämlich schon dann habe ich zwei Törtels und die sehen jeweils immer verschieden aus einer hat eine Diaspitzacke einer baut die noch ja irgendwie war es gerade nicht so dass es ist doch jetzt Tunnel 25 und 5 Shark und Enter ist die Query die ist noch nicht fertig gut guck mal jetzt laufen hier drei Stück gleichzeitig ist das nicht cool das ist sehr nice äh und die andere ist jetzt eigentlich schon fertig weil die Krypte noch ins nix ja nicht ganz muss hinten noch abbauen kurz achso bis hinten zu zu einwand so und die anderen guck mal die machen auch schon um die Wette laufen wer ist schneller die wo zuerst angefangen hat ja und ich muss sagen der Boden gefällt mir gemacht so wie und hier unten ist irgendwas was gut ist oder kann auch nicht sehen nur ein Loch eine Höhle und unsere Folge vorbei bis dann sie müssen uns vor bis zum nächsten Mal und tschau